Wahlen seien ein Ausdruck unserer funktionierenden Demokratie, behaupten die Gewählten gern. Leute, geht wählen, wenn ihr uns nicht wählt, dann bricht nämlich unsere Demokratie zusammen. Wahldiagramme mögen zwar langweilig sein, aber sie sind doch der Beweis, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Nun ja, nicht alle Bürger teilen diese Ansicht, um es genauer zu sagen, fast zwei Drittel. Das Beispiel Berlin zeigte uns vor wenigen Tagen Folgendes. Am Ende der Wahl spiegelte das Abgeordnetenhaus nur die Stimmen von 37 Prozent aller Berliner wieder. 63 Prozent werden nicht vertreten. Was ist mit den übrigen 63 Prozent passiert? Wir haben mal unter die Motorhaube geschaut und fanden Folgendes heraus. Nur sechs von zehn Erwachsenen Berlinern machten sich wirklich auf den Weg zur Wahlurne. Aber diese niedrige Wahlbeteiligung ist nur die halbe Wahrheit. Wenn 40 Prozent freiwillig darauf verzichten, im Abgeordnetenhaus vertreten zu werden, dann klafft da laut Adam Ries immer noch eine Lücke von 23 Prozent. Die finden wir bei den Wählern von Parteien, welche die 5 Prozent Hürde nicht schafften. Bei vergessenen Briefstimmzetteln, ungültigen Stimmen und bei 20 Prozent Ausländern. Ja, der Anteil von in Berlin lebenden Ausländern beträgt 20 Prozent. Jeder fünfte Berliner darf gar nicht wählen, selbst wenn er es will. Sie sehen also, um unser komplexes deutsches Wählerverhalten angemessen darzustellen, muss man unter die Motorhaube schauen. Das wiederum wirft zwei Fragen auf. Wie viel Demokratie ist das eigentlich noch, wenn nur 37 Prozent aller Wähler im Berliner Parlament repräsentiert werden? Und noch viel interessanter, wie viele Wahlversprechen halten diese gewählten Volksvertreter dann für ihre 37 Prozent Fangemeinde wirklich ein? Wir lassen die beiden Fragen an dieser Stelle mal unbeantwortet. Aber auch ohne klare Antworten ist es ziemlich offensichtlich, dass unsere Gesellschaft de facto ohne echte Demokratie funktioniert. Wir brauchen gar keine Wahl, um unseren Laden am Laufen zu halten. Dieser ganze Wahlzirkus ist eigentlich nichts anderes als ein Sport-Event. Da treten immer dieselben Vereine gegeneinander an. Okay, manchmal wechselt ein Spieler den Verein, aber die Mehrheit der Politiker lässt sich immer vor denselben Vereinsfarben fotografieren. Manchmal gibt es einen Auf- oder Absteiger. Aber auf den Champions-League-Plätzen befinden sich immer dieselben Darsteller. Nun ist es leider so. Ob Wahl- oder Sport-Event, beide müssen erfolgreich an ein Zielpublikum vermarktet werden. Das Event mit einer Handvoll mitmachender Teams zu füllen ist nicht genug. Da müssen Fans her, die sich mit dem Parteislogan und dem Zweck der Wahl identifizieren. Teilnehmerzahlen sind da nicht nur ein Messwert. Sie bestimmen den Erfolg des Events direkt mit. Du brauchst Teilnehmer. Doch genau die bleiben bei unseren Wahlen in Deutschland mehr und mehr aus. Berlin war der vorläufige Tiefpunkt in Sachen Wahlbeteiligung. Und das trotz immer cooler werdenden Wahldiagrammen. Die sind mittlerweile in 3D und animiert. Sie zoomen rein und raus. Sie blinken, zappeln zu dramatisch klingenden Jingles. Sie sollen uns Bürgern einen Hauch von Transparenz und Partizipation vermitteln. In Wirklichkeit zeigen sie nur, welche Industrielobby und welche Interessengruppe das größere Wahlkampfbudget hatte. Wie in der Fußball-Bundesliga geht es bei unseren Wahlen eigentlich nur noch um finanzielle Macht und um den damit verbundenen Einfluss. Lobbys ziehen im Hintergrund die Fäden. Wir Bürger werden dann mit bunten Wahlstatistiken und animierten Tortendiagrammen gefüttert. Wir sollen uns einbilden, dass wir etwas zu sagen hatten, als wir zur Wahlurne stapften. Wer das wirklich denkt, der glaubt auch, dass Bayern München wegen vorbildlicher Nachwuchsarbeit jedes Jahr deutscher Meister wird.